Jetzt kommt die Werbung. Die Pinguine aus Madagaskar. Skipper, Kowalski, Rico und Private. DreamWorks, die Pinguine aus Madagaskar. Im Kino. Barbie fährt mit ihren Schwestern im Glam Camper zu einem Rockkonzert. Sie grillen Marshmallows und trinken Limonade. Der Camper hat einen eingebauten Pool und ein Badezimmer. Fernsehen im Schlafzimmer und ein abendlicher Snack. Gute Nacht. Jetzt neu, der Barbie Glam Camper. Wenn der Winterzauber in deinem Dorf Einzug hält und Schnee auf alle Bäume fällt, sind die Geschenke verpackt und das Haus ist geschmückt, dann ist es perfekt, das Animal Crossing Weihnachtsglück. Animal Crossing New Leaf. Nur für Nintendo, 3DS und 2DS. Auch deine Mii feiern Weihnachten auf ihrer eigenen Insel in Tomodachi Live. Barbie. Aus dem neuen Film Barbie und die geheime Tür. Ein zauberhaftes Königreich verliert seine Magie. Ist das magische Einhorn zu retten? Durch Prinzessin Alexas. Zauber, zauber. Bekommt die Fee ihre Flügel zurück. Und die Meerjungfrau? Ihre Flosse. Das Königreich ist gerettet. Prinzessin Alexa und weitere Puppen zum Film. Hurra, ich besuche meine Freundin in ihrer modernen Luxusvilla von Playmobil. Hallo, komm rein. Schau das neue Wohnzimmer. Hier oben ist unsere schicke Schlafinsel. Wow, ein tolles Bad. Und das sind meine Kleider zum An- und Umziehen. Komm, den Smoothie trinken wir im Swimmingpool. Die schicke große Luxusvilla von Playmobil. Jetzt neu. Und jetzt auch der Adventskalender Weihnachtsabend mit toller Extraüberraschung. Von Disney. Pink, blau. Zauber Kleid und Röschen. Mit herrlichem Kleid in pink oder blau. Ein Dreh an der Krone verwandelt das Kleid. Zauber Kleid und Röschen. Das Blau wundervoll und auch pink einfach toll. Drei so, wie es dir gefällt. Neu. Zauber Kleid und Röschen. Mal pink, mal blau. Hey, deine neue Torgo Music CD ist da. Mit Meghan Trainor. I'm all about the bass, what the bass. Calvin Harris, Pitbull, deine Lieblingshits von Martin Tungewag, Ella Henderson und einem super One-Direction-Gewinnspiel. Toggo Music 38. Voll cool, voll Hits, voll Toggo. Was verbirgt sich hinter der geheimen Tür? Das Schloss aus dem neuen Barbie-Film Barbie und die geheime Tür. Zauber, zauber. Dort nimmt die Meerjungfrau ein Schönheitsbad und kämmt sich die Haare. Die Fee erwacht und die Prinzessin macht sich bereit für die Tee-Party. Jetzt neu, das Badyschloss-Spielset. Entdecke die Hoenn-Region. Eine riesige Landschaft voller Pokémon. Aus hunderten von Pokémon kannst du dir dein eigenes einzigartiges Team zusammenstellen. Du kannst Pokémon fangen und trainieren, damit sie immer stärker werden und sie dann in Wettkämpfen gegeneinander antreten lassen. Beweise, dass in dir ein wahrer Champion steckt. Ein episches Abenteuer erwartet dich in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Lös den Okto-Alarm aus. Oktonauten, in den Schleusenraum. Quasi und Barnius, ihr müsst die Seetiere beschützen. Nehmt die Guppi. Ertaschen. Retten. Das Okto-Pod-Spielset für spannende Meeresabenteuer. Hi, ich bin Max. Und seitdem wir eine Wii U haben, geht's bei uns voll ab. Meistens spielen wir Mario Kart 8 gegeneinander. Natürlich haben Mama und Papa keine Chance gegen meine Schwester und mich. Weshalb wir sie manchmal auch gewinnen lassen. Wenn wir dann aber Super Mario 3D World zusammenspielen, ist Teamwork angesagt, um Bowser platt zu machen. Wii U, egal ob Gegen- oder Miteinander. Neu von Monster High. Fatale Fusion, auch auf DVD. Rant ist Frankie. Rant ist Frankie. Rant ist Frankie. Clean and light. Rant ist Frankie. Klawine. Rant ist Frankie. Lack una fire. Die Ladestation elektrisiert. Die Monsterfreundinnen. Rant ist Frankie. Neu, Fatale Fusion Puppen und Ladestation. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? In diesem Jahr noch nicht. Sie versteht, was du sagst. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Die Antwort ist Gallien. Meine Freundin Kayla weiß Millionen Dinge. Barbie. Hier draußen ist aber was los. Hunger? Toni liebt Möhren, Schmusen und ihre Freundin Barbie. Auf zum Reiten. Über grüne Wiesen mit Barbie und Toni. Barbie-Fütter- und Schmuse-Spaß-Toni. Oh, 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 oh. Nördlich von Lego City haben die Arktis-Forscher einen geheimnisvollen Kristall entdeckt. Das neue Expeditionsfahrzeug muss her. Hey! Schnell das Expeditionsfahrzeug bauen, das Eis aufbrechen und die Geheimnisse des Kristalls erforschen. Die neuen Arktis-Sets von Lego City. Barbie, Locken-Style. Lockenwickler und zwei Lockenstäbe. Keine Hitze für super Locken. Locken-Style. Einfach glattbürsten und wieder neu stylen. Jeden Tag ein neuer Look mit der Locken-Style Barbie. Oh, 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 oh. Mit dem Lern-Tyblet Storio 3S können Ihre Kinder lesen, üben, zählen und schreiben lernen und werden zu kleinen Künstlern. Über KidConnect können Sie Bilder, Text oder Sprachnachrichten versenden. Hab dich lieb. Und empfangen. Hab dich lieb. Spielen leicht lernen mit Storio 3S von... Au, check! Saus, kleine Maus, wer schnappt sich den Käse? Oh, ein Käse-Eck, du nimmst es weg. Die Jagd beginnt, aber du bist flink. Saus, kleine Maus, was ist dein Ziel? Essen in Ruhe, doch dann schnappt die Falle zu. Saus, kleine Maus von Elefant & Friends. Das war die Werbung. Mr. Bean, Mr. Bean. Sag hallo, Teddy. Den schauen wir uns mal etwas näher an. Dieser Kerl ist einfach völlig durchgeknallt. Zum Schreien komisch und wirklich ohne Worte. Tada! Oh! Gut. Mr. Bean, die Cartoon-Serie. Heute um Viertel nach Vier. Pauli, ich bin Daniele und ich bin tierisch unterwegs. Mit detektivischem Schafsinn ergründe ich großartige Eigenschaften in unserer Tierwelt. Mit mir, mit den zwei und vielen anderen coolen Tieren. Hier zeigen die wildesten und witzigsten Vierbeiner, was in ihnen steckt. Genial! Tierisch unterwegs. Das neue Tiermagazin bei Togo von Super RTL. Samstags und sonntags um halb neun. Jetzt müsst ihr aber gut aufpassen, denn vielleicht versteckt sich in der folgenden Serie ein Wecker.